Ah, das kommt vielleicht aus Niederlande. Aus der Niederlande. Das ist von Spanien. Echt? Ja. Ist doch egal. Nicht rot. Das was ich am meisten mag, ist das System. Der hier gefällt mir am besten. Diese. Und noch diese. Ähm... Nein. Das ist der Alemannia. Das ist die Brici, äh, Claire. Ja, ich prefierere eine. Das ist meine Lieblingsfarbe. Und hier sieht mein Schneeglöckchen aus. Auch weil es kommt aus Italien. Es ist für Mollen. Es ist so viel. Ich kann mir das, was ich möchte. Ich denke, du kannst es in Europa benutzen. Autos haben wir mit Tastoffen. Ich würde mir ein... etwas zu machen. Fussball. Ich würde mich kaufen, mit Geld zu kaufen. Ich würde mich kaufen, Videos zu kaufen. Und Haus. Das. Was könntest du mit deiner Lieblingsbank kaufen? Nichts. Weil sie nicht mehr haben. Und Stift. Lass es haben. Lass es haben, Mama. Ich würde meinem Bruder den Schein geben, weil der, weil der den wenigsten Wert hat. Cause if I'm in Germany, if I want to buy things, I couldn't use this one. Und this one. Because we don't use those ones inside you. And don't use this one. Ich würde dir den da geben, weil da nur 10 drauf sind und der auch hier nicht gültig ist. Danke. Alles Gute zum Geburtstag eure. buyen. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, 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 oh. Buon cumpleaños, Euro! Feliz cumpleaños. Fertig.